Krimmepreis für Zirkus Galli Galli? Also dafür habe ich nicht in Stalingrad gekämpft. Einen Kulturpreis für so einen Haufen Scheiße, dann hätte ich für meinen täglichen Morgenschiss schon 10 verdient. Für mich hat damit der Krimmepreis endgültig das Niveau von Spiegel Online erreicht. Hatschdeck Schande für Deutschland. Krimmepreis für diese niveaulose Tittenrevie? Welche Rektalgurke hat sich denn das ausgedacht? Ein Krimmepreis für die zweitbeste Sendung der Welt? Haha. Und als nächstes bekommt Leonardo DiCaprio einen Oscar oder was? Wenn die zwei Ziegen werden sie einen Krimmepreis bekommen, dann heiße ich ab jetzt Walter Bumsbord.